Hi und herzlich willkommen zu meinem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, heute geht es zwar um eine kleine App-Vorstellung oder einfach mal euch zeigen, wie man ganz einfach sich iTunes-Karten, Amazon-Karten, Playstation-Store-Karten sich einfach verdienen kann. Und zwar mit der App App-Bounty. Oh, das Ganze läuft nämlich folgendermaßen ab. Ihr habt ein Gerät, iPad oder iPhone. So, dann kurz kurz eingehen. Ja, dann geht ihr in euren Webbrowser. So, dann geht ihr auf App-Bounty.net. So, dann drückt ihr auf Get Started. Dann gebt ihr hier den Code ein, den ihr hier gerade eingeblendet seht. Und dann auf Submit. Da klingt ihr schon mal. Ähm, 100 Free Coins. Und, ja, 50 Free Coins. Und ich klicke dann auch noch ein paar Coins. Also, das ist ziemlich cool. Und jetzt seht ihr hier schon die erste App. Hier drückt ihr einfach auf Download. So, öffnet sich das hier. Gibt ihr auf Laden. Installieren. Und dann installiert das. So, wenn die App dann installiert ist, dann drückt ihr da drauf. Dann startet die App. So, und dann seid ihr einfach 20 Sekunden in dieser App drin. Und macht einfach gar nichts. Einfach hier ein bisschen rumspielen. So, hier irgendwas. Ne? Und dann habt ihr auch, dann geht ihr wieder zurück. Dann habt ihr hier schon hier oben 100 Coins mehr. So, und dann macht ihr hier weiter damit. Hier immer Apps runter, immer draufdrücken und runterladen. Und dann könnt ihr hier die einlösen bei Rewards. Rewards. Dann könnt ihr zwischen iTunes, Amazon, Xbox, Playstation, Karten und so. Netflix. Immer hin und her weg. Also immer dafür Geld diese Coins. V-Points sammeln. Und, ja. Ich krieg's auch hier oben, immer wenn ihr wieder auf Apps geht, kriegt ihr hier oben ein Daily Gift. Ja, ich hab jetzt 40 Coins bekommen. Hab jetzt 190 und in 24 Stunden krieg ich wieder mein nächstes. 190 Coins. So, und dann habt ihr auch schon, äh, macht ihr das einfach, wenn ihr das jetzt so, zum Beispiel einen Monat durchzieht, 10, äh, Minuten am Tag. Ich bin scharf. So, 10 Minuten am Tag oder so und dann, äh, jeden Tag einfach durchziehen und dann kriegt ihr auch ganz schnell irgendwelche Coins. Und, ja, gebt einfach diesen Code ein. Hier nochmal eingeblendet. Und dann viel Spaß auf meinem Kanal noch. Gebt einen Daumen nach oben. Lasst ein Abbo da und schreibt einen Kommentar. Bis jetzt hier nochmal. Hier seht ihr jetzt nochmal das letzte Video. Und hier seht ihr ein rein zufälliges Video. Und, ja, und hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao.